Dieter Bohlen und Thomas Anders feierten mit Modern Talking große Erfolge. Die Band löste sich allerdings nach zahlreichen Nummer-Eins-Hits wie You're My Heart, You're My Soul oder Cherie, Cherie Lady endgültig im Jahr 2003 auf. Seitdem gibt es immer mal wieder gegenseitige Sticheleien. So sprach Thomas Anders vor kurzem in seinem Podcast Modern Talking, einfach anders über seinen einstigen Gesangspartner. Nachdem ihn ein Fan fragte, ob Bohlen bei Modern Talking wirklich gesungen habe, entgegnete Anders, eigentlich weiß das ja nur er selbst. Also bei mir im Studio hat er noch nie gesungen. Zudem merkte er an, wenn man jetzt seine Tour verfolgt hat und das, was man so bei YouTube und so mitbekommt, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er nicht singt. Mit deutlichen Worten wehrte sich jetzt der Pop-Titan gegen das Statement von Anders. Dieter Bohlen schildert seine Sicht der Dinge Dieter Bohlen veröffentlichte auf Instagram eine Stellungnahme zu den Aussagen von Thomas Anders. Ein Video, welches er dazu teilte. Kündigte er mit den Worten nichts als die Wahrheit an. Der Pop-Titan meinte zunächst, Meine Freunde, was kann ich denn wieder sehen, was sagt denn wieder der Thomas Anders? Er verpackt die Sachen natürlich raffiniert. Mit Blick auf die Äußerungen merkte er an. Er sagte, ich hätte nie in seinem Studio einen Modern Talking Song gesungen. Das stimmt. Er hatte nämlich gar kein Studio. Wie soll ich da singen, wenn er gar kein Studio hat? Wir haben alle Songs bei Luis Rodriguez in seinem Studio aufgenommen. Und weiter. Da habe ich auch gesungen, im Gegensatz zu ihm. Weil er hat nie, nie auch nur bei einem Song in einem hohen Refrain mitgesungen. Bohlen bezieht Stellung abschließend behauptete Bohlen. Er stellt sich überall auf die Bühnen, im Fernsehen und überall hin. Und singt Cherie Cherie Lady, aber er kann das gar nicht. Wir haben es mal ausprobiert, er konnte es nicht. Ich schwöre euch. Er hat nie einen einzigen Ton dieser hohen Chöre gesungen. Tut es aber auf der ganzen Welt. Wie er viele, viele Sachen tut, die er gar nicht gemacht hat. Alles gut. Schwamm drüber. Aber jetzt wisst ihr die Wahrheit. In einem Text zu dem Video fügte der 69-Jährige noch hinzu, dass Anders vorgebe, der Schöpfer von Modern Talking zu sein. Dies sei nach Bohlen eine absolute Lüge. Bohlen betonte, ich bin der Komponist, Texter und Produzent von Modern Talking. Es sei ein wahrer Fakt, dass Anders ein Sänger von Modern Talking gewesen sei.